Riffingsblumen Mal überlegen Alja läuft Da sind noch Genre Ich komm nach Zepa Ich komm nach Zepa Final Fantasy Zero Remake Hallo Wunsch Marlene Wunschlobgehaben Schluss mit dem Versteckspiel Eris Also Viele Optionen bleiben dir offensichtlich nicht Passiert nichts Okay Machen wir Einen Handel Hm Ich muss hier weg Jetzt komm schon raus und still dich Hm Dort vorn Ah Ja Zwei Fliegel Drei Fliegen mit einer Klage Aua Lcaut Tifa Da bin ich Was soll das Das frag ich dich Und jetzt komm schon Verdammt Was war das denn bitte Ja, ausgerutscht. Ich hab den Express gemacht. Ich hab den Express gemacht. Warum nicht? Ja. Ja, mach. Ich hab den Express gemacht. Ich hab ihn auf die Schlagel gesetzt. Die sind nur noch gut. Ich habe ihn noch nicht. Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Weißt du, Claude, ich dachte wirklich, dass wir mal alle zusammen bei Mama Pizza essen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Das war's für heute. Ja, genau. Aber... Ich fühle mich sonst so unbeobachtet. Jessie. Tifa. 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 Ich bin auf einem Wettbewerb. Oh, das war die Gastronomie. ... ... ... Das war's nicht so gut, aber es war's nicht so gut, aber es war's nicht so gut, es war's nicht so gut. Ihr MISS KERLE! Ich werde euch zeigen, wo der Hammer hängt! Barrett! Tiefer! Helf! Sei vorsichtig! Die kämpfen von oben an! Hast gut durchgehalten. Was glaubst du? Spielt schließlich! Die Hauptrolle hier! Aber auch ein Star braucht eine Pause. Seid ihr bereit? Ja. Das ist wohl Zeit für eine Revanche. Gut! Turks! Nichts Persönliches! Das ist alles! Alter! Denkste! Hey du! Keine Bewegung! Ihr habt euch wirklich mit den falschen angelegt, das sag ich euch! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. So gut wie erledigt. Misch mich! Gefälligst mich ein! Autorisierungskode aktiviert. Warte auf Aktivierung verfehlen. Versuch's. Uns tönt. Hält man nicht zum Namen. Ich bin bereit. Hält man nicht zum Namen. Jetzt bin ich. Hält man nicht zum Namen. Ha! Du träumst wohl. Nicht abläschen lassen. Und du hast also auch Blut für dich. Hält man nicht zum Namen. Frag's nur ab. Das zahl ich dir Doppeltime. Gewinner! Ja! Fett! Es kommt für dich. Was ist das? Du musst durchhalten, Mann. Ich zähle auf dich. Händen auf dich. Okay, gleich hier. Ich bin weg. Kass mich hier, der Blut. Ich zähle. Da geht noch was. Dann war ich vorsichtig. Zack. Komm schon her. Ich bin weg. Ich bin an deiner Seite. Noch bin ich am Leben. Nicht ablehnen lassen. Verzeih mir. Tiefer. Nicht übertreiben. Oh, das ist ja. Ihr seid wirklich verdammt hartnäckige Nacken sehen. Und. Und. Verdammt. Abwurf durchgeführt. Nachladen eingeleitet. Jetzt hab ich hier das ab. Und wenn du hier kommst, komm schon her! Was? Tut mir leid. Jetzt hab ich hier das ab. Ich hab Parasumas. Ich hab' renau. Ich hab' renau. Ich hab' renau. Ich hab's gedreht. Man hat's gedreht. Das war's für heute. Ja! Das war's für heute. 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 Keine mal zur Lösung. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Rino! Nein, leider schaffe ich das nicht. Ich werde laufen. Wir können Heilung vertragen. War nicht gut. Ich habe ein bisschen Masso hier. Ich habe ein bisschen Masso hier. Ich habe ein bisschen Masso hier. Er hat einenAssistent nehmen, integriß sie ja. Nein! J summt das! Das ist doch schon! Ganz schwierig! Bis zu meinem Entstand … Sprecher. Verankerungen werden gelöst Verankerungen werden gelöst Letzte Sequenz wird eingeleitet Abschnitt 1 wird abgelöst Evakuierung einleiten Verankerungen werden gelöst Das hast du getan! Diffa 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 Noch 5 Minuten Fleis Diffa Was nun? pedo Diffa Wurde bereits ausgedehnt. Stopp sie, bitte! Peter, Marlene ist in Sicherheit. Eris. Wo ist sie? Wo ist Marlene? Wo ist meine Tochter? Wo seid ihr? Klaus, ich bin... Hier, komm. Ihr seid in Kontakt mit dem alten Volk gekommen und habt ihre Nachkommen zurück in unsere Arme getrieben. Dafür haben wir aufrichtig begangen. Deshalb, tut es mir auch fast, bleibt für euch. Altes Volk? Mal weg, ihr müsst fliehen! Und wohin sollen sie denn fliehen? Eris! Verankerungen werden gelöst. Bitte sofort die Evakuierung einleiten. Buzzer. 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 Hey! Hierher! Hiermit kommen wir nach unten! Komm! Na los, Tempo! 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 Na los! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020